ich weiß noch nicht was der andere für eine Waffe hat, ein Veneer ist ja handelbar Entfernung mussten bald sichtbar sein Tee ein, ins Wasser gesprungen, da so ja, wo ist die rennen Alter, die rennen ja schon nochmal vorbei oh natürlich lever der wo ist der andere, ne, komm hier an der Seite hilf mir jo, ich komm der ist vor mir der eine ist hier, der eine ist hier vorne irgendwo der ist tot sind beide tot? ja außer, außer da war noch ein dritter wir haben übrigens abdus ach so, ja dann sind beide tot soll ich eben noch ein Lead Head machen? ja, dann ich scanne mal eben woanders nichts gesehen wir sind auch bei sweetbill wir können eben schnell noch den ich kann mir nicht lange ö ö da sind gerade rame aufgeführt das hab ich auch gehört ich glaub die kommen über die Brücke jo, ich hab da grad links einen gesehen der ist nach rechts gerannt selbst hinter uns im, im Haus da ist ja die von der Brücke kommen auch boah scheiß ketten Pistole conversion pistol ein phantom habe ich glaube ich ein oder zweimal gehillt zwei teams alter das war ein bisschen ungünstig und wie liegt ein toter hunter werden müssen also aufpassen denn nach und nachher checken ich glaube der ist tot Andere ist da irgendwo Da ist hinter der Wurzel Er rennt wieder nach rechts Betroffen Heißer muss nachladen Augenblick noch Da 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 ist die Monster Ah da ist ihn Vielleicht keine Muni mehr Er hat ihn wieder hoch geholt oder? Weiß ich nicht Er hat wenig Spell Ich bin eher Richtung großen Baum Mir geht die Muni aus Geht ein Einer ist Klos oder? Ne Ne da hinten rennen sie Sind da in dem Schuppen Geh Lorien Ah gehen weiter Oh Gott sei Dank ein bisschen hinzu Ich bin jetzt nördlich von Ein Tor Ja Wieder Hit Da ist Da ist Da ist Da ist Hinter dem Da ist Da ist Da ist Da ist Close Ja einer ist close Ja einer ist close Betroffen Ich habe nichts mehr zum werfen Ich war nicht so wirklich Da ist Da ist Ja einer ist Hier hinter dem Schuppen Hinter der Wurzel Ich habe ihn eingegangen geschossen ich bin gestorben weiß nicht ob er tot ist keine ahnung musst du checken ich hatte keine money mehr das war ein bisschen das problem